So, und jetzt kommt ein Zyklus, der euch das Fürchten lehren soll. Und zwar ist es der Zyklus der Quickie-Balladen. Das Wort Quickie, das kennen ja die meisten, das kommt aus dem Englischen von Quick, heißt so viel wie Zeitung und kann mich täuschen. Ja, auf jeden Fall ist es ein Angriff auf eure Nerven. Deshalb bitte ich die Leute mit schwachen Nerven, sich die Ohren so lange zuzuhalten oder den Raum zu verlassen. Die Texte, die ich singen werde, stammen von Erich Kästner. Ja, die Kompositionen stammen von mir, das wird man auch gleich merken an dieser intensiven Einfachheit. Das erste passt ganz gut nach Bayern. Der Titel lautet Die Grenzen der Aufklärung. Also nicht, was ihr meint. Was ihr meint, das klingt vielleicht so wie eben, was ich eben schon fast gelesen habe. Guten Abend, meine Damen und Herren zum Programm der ARD. Wir senden nun das Stück Jugend, Sexualität heute. An dieser Stelle verabschieden wir uns von den Bayern und wünschen Ihnen sehr viel Spaß. Also was jetzt kommt, ist noch viel schockierender, man könnte sogar sagen tief schürfender. Also die Grenzen der Aufklärung.